so da brauche ich einfach nur wasser die bowle und mehl 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 die bowle salz habe ich auch noch das, das, das ich hab einfach nur um rumkramtet Krabbel Boy Mein OBS ist schon da aufgehandelt Warum? Weiß ich nicht 4 stackbar Ok Hast du das gehört? Ja Mein OBS wieder Warum? Hast du mal update gemacht wieder? War bis jetzt ganz wieder Ok Komisch Hm Das ist echt komisch Das ist nicht Du 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 Oh Aber halt Zumindest die Aufnahme Es wird angezeigt da Er hängt aber in der Aufnahme ist alles normal Ok Das ist wirklich komisch Das könnte man eigentlich auch machen Das zu automatisieren Zumindest für den Scheiß Es gibt keinen Behälter der Wasser auffüllen kann Salz Gliere ich mal ein bisschen Kuchen oben in die Theke rein Na die Aufnahme verlaut Ah Komplett beide Leisten ist grad vollgeklatscht Volle Hungerleiste plus volle Gelbe Oh Warte Platz für den hässlichen Ketchup hier Da Ketchup, Ketchup, Ketchup Kein Platz Hm Fragen über Fragen Und ich kann dir dazu nichts sagen Komm mal gleich wieder Ich muss ja immer an der Tür Mann, Mann, Mann Ich kann mich auch vorbeischalten Ich kann mich auch vorbeischalten Ich kann mich auch vorbeischalten Zum Teil Vielen Dank. Vielen Dank. Wir sind ja auch normal. Was ist denn das? Hä? Was meintest du eben? Meine Freundin ist da, deswegen. Oh, so. Keine Ahnung. Jetzt haben wir jetzt vier Stunden oder so. Ja, die haben wir jetzt schon. Deswegen. Vier Stunden, finde ich schon egal. Ja, können nur noch fünf werden bei uns. Was ist denn, ist da nichts Neues? Wo war ich eigentlich stehen geblieben? Lass mich wieder abgelenkt. Geil, ich kriege Muffins. Egal. Ich kriege Muffins. Dankeschön. Alle? Alle. Nice. Ich hab schon ein neues Rezept. Jetzt hast du mich abgelenkt. Egal. Hä? Das hat noch ein paar Gehör. Hier will mein Stiefvater haben. Ich mach gleich doppelt die Menge, damit wir genug haben. Hm. Hast du noch was zu phrasen? Kann ich, komm. Soll ich was zu essen? Wirklich. Also brauchst du noch was, dann mach ich noch ja. Im Portal, die Rillen kannst du echt als Mülleiber nutzen. Du sollst den Scheiß an ihm haben. Was denn? Was denn? Ich brauchst ihn ja so weg nicht. Tschüss. Schiet's? Brauch ich nicht. Brauch ich praktisch. Oh, das falsch hab ich genommen. Nee, aber direkt am Portal. Komm weg damit. Sponen. Belgien. Chilis. Toll Musik wieder an, oder? Nee. Seid hier. Ich hab noch Stundenlieder, nur noch. 58 Minuten, was willst du haben? Andere Stunden, ich werd getötet. Ja. Ohne. Hey du Pisskopf, wo bist du noch da? Was willst du von mir? Du hast auch gefallen, ob ich noch was zu essen hast. Muss ja oben hingehen. Oben nüge ich dir. Ich hab nix mit, ich mach gerade wieder was. Hm? Ich mach gerade was. Achso. Mach ihn da. Chili. Oben sind Kuchen und Kummibächern. Wir haben's behindert. Die Kummibächern sind geil. Mann, bringen die viel. Die bringen nicht viel. Hm? Die bringen nicht viel. 1,1 oder 1,5? Aber die Kuchen bin gut. Ich weiß, aber ist scheiße herzustellen. Wo? Führ mir den Bot. Ah. Geh weg, du Fettsack. Geh weg. Ah. Ich muss da dran. Hallo. Trau dich mit dem Kuchen. Fah. Das ist doch genug. Falscher. Ja. Hast du an oder aus? Okay. Aus. Dein Ernst? Müll doch jetzt nicht mit dem Metallabend zu, du sagst. Warum sind wir... Ey, du hast... Warum haben wir Compressed Sack? As Halt Stone. Hab ich doch gesagt. Du bist so ein Affe, ne? Du bist so ein Affe, ne? Du bist so ein Affe, ne? Bei dir läuft doch irgendwas falsch. Bei dir, ne? Bei mir läuft nichts. Falsch. So. So. Brauchst jetzt noch Chili? Oh, Tobi. Oh, Tobi. So weit hab ich den nicht. Ich muss ja das hinpacken. Irgendwo. Hey, wo muss es hin? Da hat's ne Minute noch nach... Warum leckt das denn jetzt Schilder bei mir? Ich... Ich doch nicht. Nimm dein Gesicht von der Scheibe. Oh, Tobi. Hehehe. Spass dir, ey. Autsch. Autsch. Hab dich gar nicht gehauen. Na ja. Sag jetzt nicht, wie es aussieht, ne? Na? Autsch. Autsch. Ich muss echt das Spiel nochmal neu starten. Ach, fick dich doch. Alles deine Schuld. Nicht weinen. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Boa Nacht. Na ja. Ah, meine Ohren. Alles klar. Frissack. Junge, hau dich gleich. Muffin. Kannst du jetzt Chips essen? Ich mach doch gar nicht. Gar nicht, hab nur Muffins. Ne. Muffins. Warum fick dich? Nur weil ich Muffins hab? Ja. Soll ich mich so messen. Sacht so, soll einfach jeden kommen, wenn du welche haben willst. Sind auch nur so paar Kilometer. Ähm, 400? Ja, so 400 Kilometer, locker. Geben. Boa. Geh doch 500 Kilometer. Nein, ich kann nicht. Geh mir nicht, ich kann nicht. Weiß ich nicht. Ich hör, ich hör, ich hör, oh ne, wenn, dann musst du lauter reden. Ich mein' ich dich. Weißt das? Wenn du auf den Stand, ich mein' ich dich. Ja. Ich bin doch so frech wie du noch. Das hätt' ich jetzt nicht gesagt. Der hätt' auch gesagt, du bist so frech wie ich. Ich bin frech. Warte, ich. Wenn mir ist klar. Wenn mir ist klar, wir sind immer noch mal. Wo wohnt der in Hamburg? Zettos, wo wohnt's in Hamburg? Wir wohnen ja nicht in Hamburg. Ja, wo? Zwischen Hamburg und Lübeck, recht gut. Da musst du erst per WhatsApp schreiben. Ich schwör dir, die kommen vorbei. Ne, ich nicht, ich hab da weh. Schade. Ich hab da weh. Oh, die kennt da weh. Ich kenn da genug Leute. Ja. Nachher kennt... Oh nein. Ich glaub nicht. Guck mir die an. Seidisch. Ich kann nichts vorhin zeigen und sagen, es ist seine Schuld. Ah, halt. Ich hab da auf dem Bildschirm. Kann ich zeigen und seine Schuld. Warum meine Schuld? Warum meine Schuld? B-Lan-Passwort. Kannst du haben. B-Lan. Ah, sie. Hier. Warte. Nein, ich nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Schmeiß nicht. Verlass nicht. Machst du da. Machst du da wieder. Ich will mitteilhaben. Machst du mich mitspielen. Nee, nee. Machst du mich mitspielen. Komm schon. Ich bin auch ein Lieber. Warum da? Hast du gerade das nicht getan, ne? Ich hab nix getan. Alles klar. Das gibt Rache. Das gibt Mettwürschen. Ähm. Was mach ich eigentlich noch hier? Deine Ahnung. Mich ärgern. Nein, mich kann man nicht ärgern. Nein. Ich kann man nicht ärgern. Muss ich jetzt. Soll ich jetzt noch ein Portal aufbauen oder was? Würde ich sagen. Ja, aber in welche Richtung? Soll ich. Muss ich ja wissen. Möchtest du noch fertig? Wieso sollte ich das wissen? Ja, weiß ich auch nicht. In die eine Curvy Richtung oder in die andere? Ich muss sagen, in die Curvy Richtung, wo halt kaum was ist, ne? Wo scheiße der Lass. Ja, wenigstens in die Richtung, was auch so aus ich jetzt kriege. Hm. Wir. Als ob wir lange überladen. Ja, klar. Vielen Dank.